Ja, ja, ich komm ja schon. Keine Sorge, ich hab die passende Lösung. Ja, ich pass auf. Natürlich pass ich auf. Oh, fuck. Ich bin genau hinter dir, los! Ja. Fuck, okay, erstmal regenerieren. Okay, ich glaube, wir sollten weitergehen. Oh fuck, oh fuck, oh da sieht gar nicht gut aus. Ich seh ihn! Ich hab was für dich. Oh, wie fühlt sich das an? Okay, schnell hier rein. Okay, dann gehen wir halt die Treppe. Geh nach Hause, du Scheiße. Hä, was wollt ihr eigentlich? Ach du Scheiße, wir rutschen. Oh, fuck. Scheiße. Da waren wir beinahe drin. Wir wären fast gestorben. Du Scheiße. Okay, sorry. War nicht so gemeint. Haben wir hier irgendwas? Oh, ne. West Calibre. Calibre. Ne, ich nehme die hier. Das ist mir noch fett. Na los, fordert ihr hier. Na los, aber wenn... Da sieht nach einem mächtigen Kampf auf. Mist. Fang! Ja, ich will hier... Brücke, cool. Ja, die Widerstandskämpfe haben sie gebaut, um über die Dächer zu kommen. So ein Glück. Ja, das kann tatsächlich sein. So ein Glück. Habt Spaß, habt Spaß. Tolle Zeit für ne Party. Fuck. Kommt nicht irgendwann hier auch noch der Hubschrauber? Ja, ich... Meine kennen den Hubschrauber noch. Aber hier haben wir eh keinen Granatwerfer, oder? Ne. Doch, haben wir. Ja, okay. Nehmen wir die Granatwerfer gerade mit. Ja... Ja... Was mein ich denn? Ja, du kannst fahren, wohin du willst. ist klar okay, der hat auf jeden Fall schon mal Schaden gemacht fuck tolle Dekonk nice okay, lass die Brücke runter äh, okay hoch, da hoch kann ich jetzt nicht mehr, ne? schade ne, ich nehm doch den Granatenwerfer erstmal mit okay, dann lassen wir lassen wir die Brücke runter äh, dieser scheiß Hubschrauber weg nehmen wir die Acker nice hier hoch wahrscheinlich nicht sehr gut hey, das Kabel es bringt uns runter los, los okay, okay oh, scheiße oh, tut was weh ich such einen anderen Weg runter okay Nate, Nate, Nate für der typische ich hab neun Leben Typ so wie Jack Bauer Jack Bauer hat auch immer neun Leben der überlebt auch immer alles okay geht's gehen wir weiter oh, hey, hey nicht schießen hey Nate was zum Teufel machst du denn hier Jack Bauer was du kennst den Kerl ja das ist Drake oh sorry und was hast du mit diesem Chaos zu tun willst du die Tempel plündern das Museum ausräumen freut mich auch die zu sehen und ihr wollt hier sicher nur die Welt retten stimmt's ja wir sind einem flüchtigen Kriegsverbrecher auf der Spur Zoran Lazarewitsch schon von ihm gehört macht das nicht die NATO die glauben er ist tot durch einen Bombenangriff und ihr wollt jetzt das Gegenteil beweisen weißt du was der Kerl ist ein Monster Nate ich meine Folter Verstümmelungen Massenhinrichtungen und so weiter aber jetzt jetzt plant er etwas Neues aber warum hier warum die ganze Stadt verwüsten das ergibt alles keinen Sinn oh nein sag jetzt bitte nicht du hast etwas damit zu tun das ist lächerlich hier bist du Nate ich hab sie abgehängt oh 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 ist schon gut Chloe das sind Journalisten wir müssen weiter wenn wir nicht wollen dass Lazarewitsch uns einholt also oh man Nate hey hey Moment keine voreiligen Schlüsse sorry kennt ihr zwei euch etwa schon länger auch Elena Fischer Vorjahresmodell witzig nein nein schön dass du dich amüsierst naja ich hätte dir nur nicht zugetraut dass du auch solche Mauerblümchen wie die da abfährst sie ist viel taffer als sie aussieht ehrlich oh oh was du lebst sie noch oh bitte tust du doch gib's euch zu eifersüchtig und wie Casanova wir müssen jetzt weiter warte die zwei kommen mit das ist nicht dein Ernst absolut ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen die halten uns nur auf und wenn sie uns erwischen Nate wenn Lazarewitsch dich und mich zusammen sieh ich werde sie nicht zurücklassen musst du denn immer den Helden spielen verdammt Nate du solltest lieber Prioritäten setzen ja verstehe schon trotzdem kommen sie mit uns wir kommen schon klar Nate danke denk lieber nochmal drüber nach Mist lauft wir laufen und jetzt kämpfen wir du Spastik Jeff alter wo the fuck ist Jeff typischer Kameramann was macht der denn eigentlich da läuft der rückwärts oder was Elena ist also noch da was auch immer die mit Jeff macht oh fuck alter die Granat habe ich überhaupt nicht realisiert dass die da war okay gut Vorsicht und jetzt auch den Ärger nicht wie und von kommt aus go go du zu gu